Und jetzt fangen wir ganz frei. Einzermare für die 6-0-Führung. Gut. Halbrecht jetzt gegen Gips. Samare für 3 und er geht raus. Gips, Gips, Gips. 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 Gips. Gips, Gips. Gips, Gips. 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 Gips, Gips. Gips. Gips, Gips. Gips, Gips. Gips, Gips. Gips, Gips. Gips, Gips. Gips, 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 Gips. Gips, Gips, Gips. 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 Anthonie Hüding, Forrester mit einer guten Position jetzt gegen Samara. Hüding, Forrester mit einer guten Position. Wir greifen an für den dritten Sieg hier in der Pro A. Und das ist Walz, Fehlwurf. Fredrizi für drei. Ja, gut verteidigt von Frankfurt. Jörlein mit 7 Uhr an der Uhr. Über Samara. Fehlwurf. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020